Und von Minecraft ein bisschen raufdrehen kann, damit ich hier... Da läuft jemand! Das war Space 1900. Na ja gut, hacken wir erstmal Holz. Äh. Äh. Das Alltägliche mal wieder. Äh. Da unten war doch... Na ein Kaktus, ich dachte das sah jetzt so ein bisschen aus wie... Tja. Tja. Äh. Plopp. Gut, haben wir den Baum auch. Kriegen wir den? Ja, den kriegen wir auch. Äh. Plopp, plopp. Und das auch noch weg. Vielen Dank. Und dann hacken wir die drei auch noch weg. Wie viel Holz haben wir denn jetzt schon wieder? 19. Und natürlich die ganzen Setzlinge noch einsammeln. Tja, wo... Da sind noch mehr Setzlinge. Äh. Ah. Wo? Bist du in meinem Haus? Äh. Ist er in meinem Haus? Äh. Nein, ist er nicht. Äh. Ah. Hallo. Hallo. Hm. Ha. Was los? Hi. So, naja gut. weiter im spiel wir wollten ja hier den baum oder ich wollte ja momentan immer noch den baum hier fällen und dann hier natürlich alles weghacken ach komm schon fehlt wieder genau ein teile vielen dank und weg und weg und weg tja den song kennen wir glaube ich auch schon alle zu genüge ich glaube da läuft es gerade schon zum dritten oder vierten mal wenn mich nicht täusche wenn ich mich jetzt nicht täusche naja was soll's haben wir auch schon eine ganz schöne spielzeit hinter uns vielen dank ich will dich haben spinni dich töten wir mal hallo spinni auch toll gammelfleisch oh creeper ein creeper am sterben oh danke setzlinge natürlich so nö meins hey komm her so komm her hm so mal was ganz bescheuertes schreiben so nach dem motto gut hätten wir das auch so und jetzt haben wir gleich ein 64er stack holz das ist doch ganz praktisch ich hoffe jetzt der ist nicht zu hoch ich glaube aber das werden wir nicht schaffen doch so vielen dank hoch da hat sich schon ein setzling eingepflanzt das ist ja gesagt ein setzling und da sind noch zwei setzlinge das sind nochmal eins da wächst auch schon wieder einer wer hätte überall setzlinge hingepflanzt ich bin manchmal echt zum feiern sozusagen äh jetzt hätte ich beinahe schon wieder nämlich nicht mehr heim gefunden so da da hocken wir überall wieder bäume hin so 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 natürlich auch noch so hätten wir das auch so und dann gehen wir jetzt mit dem ganzen holz und wenn ich jetzt noch einmal so sage dann 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 klatsche ich mir sowas von eine danke ähm wir wollten ja ah wir hatten doch noch drei getreide da oben gehen nein ich wollte ja nicht den zaun das wollte ich auch nicht so dann basteln wir uns mal wieder brot tatam oder habe ich das überhaupt hier schon mal gebastelt naja weiß ich jetzt gerade gar nicht naja egal so dann haben wir mein brot gegessen und dann gehts jetzt ab in den keller haben wir denn noch 60 fackeln gut das sollte reichen aber ich sollte vorher mal mein inventar sortieren so ach dich hätte ich jetzt glatt liegen lassen können so noch eine axt die fast hinüber ist äh ich glaube ich muss eh nochmal hoch in mein inventar entrümpeln ich habe so viel schrott gerade irgendwie dabei so moment ich kann mal kurz mein feld abernten so immer schön geduck laufen klopp 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 hallo Skelett ich hab dich gehört äh haben wir schon Wölfe gesehen ich glaube nicht oder doch 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 haben wir aber das ist ja kilometer weit weg äh ist eher weniger empfehlenswert da hin zu rennen äh da noch reif dankeschön und dann können wir glaube ich das feld fertig pflanzen so 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 da natürlich noch und da hinten noch ein paar aber wohl fertig werden wir es nicht ganz kriegen oder äh doch wir kriegen es voll zuerst das volles feld hey und wir haben 15 getreide schon geerntet jetzt so und eins kommt noch dahin naja gut dann machen wir uns mal ein bisschen Reiseproviant würde ich sagen so 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 4 5 5 Brote sollten reichen so und dann wollten wir noch unser Inventar entleeren das brauchen wir nicht das brauchen wir nicht ja ich weiß Pfeile wären vielleicht doch ganz sinnvoll aber ich nehme jetzt mal keine mit das brauchen wir alles nicht Gravel werde dich äh dich nehme ich immer noch zur Sicherheit mit dich brauche ich eventuell mal dich auch äh hm tja dann sortieren wir mal kurz bisschen unser Inventar muss ja auch mal sein so 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 wo ist denn noch da ist noch eine angefangene Spitzhacke da ist noch eine Spitzhacke und das sind noch zwei Spitzhacke wie viele Spitzhacken habe ich denn äh hier ach die Äxte kann ich natürlich auch weglegen äh so äh so natürlich noch noch eine Spitzhacke ach Herr Jemine wie viele Spitzhacken habe ich bitte naja was solls so äh Koppel tun wir gleich mal hier rein so äh können wir noch schnell machen jo ach wegen den Welfen äh die sind irgendwo hinter ja äh ist jetzt mal grad ach übrigens ich hab das äh das 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 Sprachpaket wird auf Englisch umgestellt äh ja hinter der Wüste äh so ich hoffe jetzt haben es alle gehört wenn ich mich recht entsinne war das so richtig oder auch nicht naja egal werden sie verrecken beim Suchen das können wir glatt mal schnell aus na sieh einer an hätte ich eventuell daran denken können naja was solls äh äh jetzt hab ich schon wieder so viel jetzt muss ich auch nochmal alles fertig bauen hier sieht alles noch so unfertig aus hier ist ja nicht 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 schön überhaupt nicht schön naja gut hm ich hab auch schon die Überlegung was ich hier draus mache aber da bin ich mir noch nicht sicher ob ich das wirklich machen soll weil dann müsste ich sozusagen unser Haus versetzen und das wäre doch ganz schön viel Arbeit hm jetzt fange ich auch noch an zu gannen das ist eher unpraktisch man oh man oh man so Fackel ist auch Janik spawnt da ach genau das war ja hier ich muss mich jetzt erstmal wieder orientieren ich hab so lange an der anderen Karte letztens gespielt dass ich jetzt die hier schon fast gar nicht mehr kenne genau und das war die Sackgasse richtig toll ich hab doch vorhin hier ein Zombie gehört ach und übrigens sollte ich mir vielleicht mal andere Musik anmachen passt der nicht wirklich hier so ach ne das gefällt mir jetzt auch nicht mal hier so ich glaube das ist besser ja ach dann graben wir doch hier mal ganz lustig weiter wir haben eh so viele Spitzhacken ich weiß gar nicht was ich damit wollte wahrscheinlich den Raum unten weiter ausbauen aber das wird jetzt durch das Wasser eh ziemlich nervig naja was solls mal hier ein bisschen weiter graben hm aber irgendwie höre ich hier nichts Zombie mäßig oder so so eventuell hier irgendwo oh sollte man eventuell mal noch ja wo na komm schon grüll mal da irgendwo zumindest klingt es für mich so ich grab mal einfach in die Richtung so ja wir kommen näher wir kommen näher hm hmm tsch